Guten Morgen. Das Thema Abnehmen und Zunehmen ist ja für ein Großteil der Bevölkerung ein lebensbegleitendes Thema, weil sie keinen natürlichen Zugang zu sich gefunden haben und auch da viele nicht die Möglichkeit hatten in ihrer Kindheit gesund und natürlich unabhängig von gesellschaftlichen Konventionen eben das Gefühl für die Natürlichkeit zu bekommen. Und daher beobachte ich immer bei den aktuellen Studien und Forschungsergebnissen auch immer die Studien besonders interessiert die sich mit den biochemischen Prozessen der Ab- und Zunahme beschäftigen und vorige Woche wurde eine Studie der Universität in Chicago im Journal Sleep veröffentlicht, der mal Interesse geweckt hat und zwar wurde der Einfluss des Schlafs auf das Cannabinoid System untersucht. Das Cannabinoid System dessen Name sich von der Cannabispflanze abgeleitet hat ist noch nicht so intensiv erforscht. Es handelt sich bei diesem System um ein Teil des Nervensystems, was durch eigenständige Rezeptoren und entsprechende nachfolgende Reizverarbeitung als eigenes Subsystem des Nervensystems innerhalb der Biochemie betrachtet wird. Die funktionelle Bedeutung dieses Cannabinoid System ist entsprechend eben noch nicht komplett aufgeschlüsselt, aber auf Grundlage der Rezeptoren und wie diese Reize dann verarbeitet werden kann man schon zumindest sicher sein, dass dieses Subsystem mit dem Schlaf, dem Immunsystem und wahrscheinlich auch mit den Lern- und Bewegungsprozessen assoziiert wird. Also, oh Wunder, ganzheitlich wirksam ist. Aber da in der Forschung eine induktive Beweisführung einfacher ist und damit auch schneller Erfolge feiern kann und das ist nicht unwichtig, jede Universität muss entsprechende Anzahl von Studien generieren um gewisse Forschungsgelder zu bekommen, rollt man das Feld entsprechend immer auf. Aber interessant ist das allemal, gerade wenn Studien durchgeführt werden, deren Ergebnisse sofort praktischen Nutzen für unser Leben haben. Und in dieser Studie, da stelle ich sie Euch auch vor, wird ein elementarer Zusammenhang zwischen Schlaf und Gewichtszunahme bestätigt und nicht nur eine Korrelation, sondern auch eine Kausalität stark vermutet und dass diese Zusammenhänge eben auch auf die Überwindung von Ängsten angewendet werden können bzw. auch schon in Tierversuchen angewendet wurden. Ich versuche das auch recht einfach und plastisch wiederzugeben, da es ja meist nur um die Quintessenz geht, da der Hinweis an die die etwas biochemisch versierter sind, dass ich jetzt bewusst pauschalisiere. Also das Cannabinoidsystem wird durch 2 Rezeptoren aktiviert in erster Instanz, das ist das CB1 und den CB2. Die CB1 Rezeptoren finden sich in den Nervenzellen und die CB2 Rezeptoren auf den Zellen des Immunsystems. Wenn diese Rezeptoren aktiviert werden, wird entsprechend das ganze Cannabinoidsystem aktiviert. Diese Aktivierung kann zum einen von außen also exogen als auch endogen erfolgen. Von außen wäre da zum Beispiel der Konsum von Marihuana zu nehmen. Aber und da kommen wir zu dem Experiment wird nämlich nun nachgewiesenermaßen durch den Schlaf der Serumsspiegel des Endocannabinoid 2 Arachidonyl Glycerol beeinflusst. Dieses körpereigene Cannabinoid erreicht nachmittags seinen höchsten Punkt und wird nachts nur in geringem Maße ausgeschüttet. Bei Schlafentzug stellten dann die Wissenschaftler einen durchschnittlichen Anstieg dieses Cannabinoids fest und damit wie wir ja nun wissen eine erhöhte Aktivierung des gesamten Cannabinoidsystems vom Rezeptor bis hin zu den ausgelösten funktionalen Kanälen. Also nochmal, weniger Schlaf bedeutet eine erhöhte Aktivierung des Cannabinoidsystems. Was bedeutet das denn wenn das Cannabinoidsystem aktiver ist? Das bedeutet zum Einen natürlich dass man schläfriger wird, was ja vollkommen logisch ist, wenn man weniger schläft, dass die Natur so eingerichtet hat, dass unser Körper aktiver wird und uns animiert mehr zu schlafen. Weiterhin ist es schmerzlindernd und es ist ein signifikanter Anstieg des Hungergefühls damit assoziiert. Das bedeutet durch diese Untersuchung dass der ausbleibende Schlaf quasi endogen das Cannabinoidsystem aktiviert und damit zeigt dass Menschen die nicht ausreichend schlafen weniger Probleme beim Abnehmen haben bzw. dass wenn man nicht jeden Tag ausschläft, man es schwerer hat sein Gewicht auf natürliche Weise zerhalten, da man mit einem durch das Cannabinoidsystem ausgelösten Hunger zu kämpfen hat. Obwohl dieser ausgelöste Hunger ja nicht ein natürliches Hungergefühl ist, sondern er ist quasi endogen generiert durch Schlafentzug. Also einmal mehr erkennt ihr hier wie wichtig es ist wirklich jeden Tag auszuschlafen. Wenn Du Dich früh vom Wecker wecken lassen musst und dann unnatürlich aufstehst, dann ist das für Deine Gesundheit nicht optimal und Du solltest Deinen Rhythmus überdenken und zum Beispiel eher ins Bett gehen. Lieber etwas Puffer einbauen und früher noch die eventuell zu viel vorhandene Zeit mit etwas Qigong oder Meditation verbringen, als dass man sich früh wecken lassen muss. Jeder Mensch kann ausschlafen, wenn er es will, aber jeder setzt seine Prioritäten. Z.B. Dass er abends noch die Champions League schauen möchte oder das Gefühl hat nichts mehr vom Tag zu haben, weil er schon so lange gearbeitet hat und wenigstens den Abend genießen will. Aber ganz ehrlich, solche Menschen müssen sich dann auch um die Schädlichkeit des abgebrochenen Schlafs keine Sorgen machen, denn wer seine Arbeit nicht gerne macht, aber sie trotzdem macht, weil er denkt, dass es keine andere Möglichkeit für ihn gibt und eine gewisse Notwendigkeit darin sieht seinen Lebensstandard zu finanzieren, der hat massivere und vor allem ganzheitlichere Probleme was seine eigene Gesundheit angeht als den fehlenden Schlaf. Der ist einfach im Laufrad der Konditionierung gefangen und muss dort ansetzen. Nur die Menschen die bereits die Wichtigkeit eines bewussten Lebens erkannt haben, bewusst bedeutet reflektiert und nicht zwangsweise ökologisch oder sonst irgendwas, nur diese Menschen können dann mit dieser Info von heute auch wirklich etwas anfangen und wirklich jeden Tag ausschlafen. Es gibt wirklich nur eine Zeit im Leben eines Menschen, wo es nicht möglich ist, dass man immer ausschläft und das ist die Zeit in der man Babys hat. Aber ihr könnt euch sicher sein, die Natur hat auch in dieser Phase wahrscheinlich natürliche Mechanismen in Euch integriert, die Euch in irgendeiner Form davor schützen. Also Message des heutigen Tages, jeden Tag komplett ausschlafen und seinen Tages- und Arbeitsrhythmus daran anpassen und dann kann man leichter abnehmen bzw. zunehmen, je nachdem wo man seine Probleme hat. Wenn man zunehmen möchte, als heißt wenn man eine Störung hat und nicht zunehmen kann, dann bedeutet das weniger Schlafen sich oft wecken lassen. Interessanter Ansatz. Gibt ja auch viele die damit Probleme haben. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Zusammenhang zwischen Schlaf und Gewichtszunahme aufgrund des Cannabinoidsystems. Ich hoffe ihr könntet aus diesem Video etwas mitnehmen und die Zeit des Anschauens hat sich gelohnt. Ich freue mich wie immer über Eure Kommentare zu Euren Erfahrungen und natürlich auch Eure Meinung. Ich wünsche Euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian.